Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Swapper. Gut, ich bin am überlegen, wie wir hier hochkommen. Mal schauen. Also, das Pit ist ja hier nicht umsonst da. Und wir wollen ja hier irgendwie... Also, das Problem ist erstmal, wir müssen erstmal das Blau wegkriegen. Das Blau war, wenn ich mich nicht recht entsinne, der hier. Moment, schauen wir mal. Ähm, komm schon. Genau. Das Blau war das hier. Hm. Hm. Moment mal, der Kerl lebt ja noch. Hm. Ähm. Moment. Okay, Moment, Moment. Oh, nur, ich kann hier einen hinstellen. Gut, ich kann hier einen hinstellen. Und vers... Ich muss ja... Ich habe ja nur zwei Leute über. Dann... ...probiere ich das mal. So. Irgendwie. So, und dann jetzt hier. Okay, das klingt schon mal nicht falsch. Und das Blau brauchen wir dann auch nicht mehr. Wenn ich... Hoffentlich. Ähm. Hm, 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 hm. Hm. Da ist der Nächste hin. Dann gehe ich... Habe ich theoretisch Access zu ihm? Ja, habe ich. Dann flansche ich den dahin. Und ja, schön. Es hat funktioniert. Ah. Oh, 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 oh. Nee. Nee, 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 nee. War das jetzt gespeichert? Äh, man... Dann habe ich so einmal so ein hartes Rätsel gelöst und verkackst dann instant. Okay, aber es hat gut gespeichert. Ach. Die Speicherpunkte sind hier sehr gnädig. Gut. Wir haben es denn bekommen. Schön. Hm. So. Dann zum Nächsten. Lass mich mal überlegen. Äh. Boah. Das sieht echt unfreundlich aus hier. Ähm. Hier ist ein Block. Hier können wir nicht drüber. Das ist das größte Problem hier in dem Fall. Ähm. Da ist ja blau. Wo haben wir Schalters oder irgendwas in der Richtung? Wir haben auf jeden Fall so ein Killer-Light. Es killt nicht nur, es killert auch. Okay, ähm. Wofür brauchen wir den Block? Ach, da ist ein Schalter und das ist ein Timer. Äh. Das erklärt natürlich nur einiges. Da, 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 da. Hm. Okay, ich probiere mal was aus. Rein aus purer Neugier. An Spaß und der Freude. Das heißt, wenn wir dann hier sind, können wir hier hoch. Aber, wir könnten zwar wechseln, aber der Fall ist zu hoch. Hm. Und ich kann hier auch keinen kreieren. Was straight up bedeutet. Tot. 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 Ne? Okay. Spielfreude. Sehr fix. Ich muss... Mein Name auch. Also mit der Tastatur ist das keine Schreude hier zu machen. Also solche Boxrätsel. Kann ich nicht empfehlen. Kann man hier noch was machen mit einem anderen Swapper? Ah, gerade so nicht mehr, ne? Und was würde mir das bringen? Wenn dort einer steht. Ja, es bringt mir eigentlich nichts. Weil mein Problem ist, ich muss dort irgendwie hin. Und ich möchte dabei nicht sterben. Aber da unten muss einer hin. Ich mache mal kurz ein Experiment. Okay, das geht nicht. Was vielleicht geht. Da mache ich vielleicht das Spiel kaputt mit. Nein. Hm. Okay. Das gibt mir aber andere Möglichkeiten. Die, die ich gerade so nicht bedacht habe. So. Okay. Halt. Stopp. So. Dann können wir da oben wechseln. Weil das ist ja nicht tabu. So. Und dann bin ich hier. Sehr gut. Okay. Okay. Das war wieder überschaubar. Das war. Schön. Okay. Dann haben wir das hier in dem Eck abgehakt. Außer das hier unten noch. Hier ist noch irgendwas. Äh. Hab ich. Ich hab alles. Du Jungs. Das 13. Da hatte ich glaube ich auch schon. Hab ich das gehabt? Äh. Ja. Das hatte ich schon gehabt. Warum ist hier so ein Auspuffezeichen? Weird. Ah. Ich dachte ich hatte das schon. Komisch. Äh. Okay. Wo muss ich eigentlich hin? Äh. Genau. Airlock. Da war ja was. Äh. Das heißt. Ich nehme das große Portal. und zwar hier hin. Okay. Es hat funktioniert. So wie geplant. Das ist schön. Hier war ja was mit, ähm. Use the Force Luke. Oder Luke the Force. Oder was Gott auch immer. Äh. Metaphysics. Airlock. Das Metaphysics haben wir schon alles hinter uns. Glaube ich zumindest. Ähm. Ja. Es scheint ganz gut zu sein bis jetzt. Gut. Schön. Och. Nicht so wie das was. Boah. 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 Nee. Nee. Boah. Nee. Nee. Boah. Nee. Boah. Okay. Ich muss einfach nur auf die andere Seite. Ist da unten aber etwas rein aus Neugier. Ähm. Was weiß ich. Mach es mir einfach. Boah. Ich habe keine Lust jetzt hier groß was herum zu handeln. So. Ready for the EVA. Come on. Let's do it. It's how to play. How to play. Okay. This is my gate. Lauter Steinen drumherum. Man möchte sagen Steinsgate. Aber gut. Das war ein anderes Ding. Muss ich mir auch irgendwann mal antun. Die Leute schreien. Du dir das an. Naja. Ich bin mit Rick and Morty falsch gelegen. Vielleicht war das hier auch. Das. Okay. Äh. Was haben wir hier noch? Haben wir eigentlich alle. Es fehlen einige. Wow. Wir haben einige übersehen. Sehe ich gerade. Wir haben eins. Wir haben von drei bis fünf übersehen. Boah. Das ist natürlich unschön. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Elf, zwei, drei, fünf, zehn. Okay. Von denen scheinen wir, von den Vlogs scheinen wir alles haben. Aber von der Watcher haben wir einige übersehen. Holy damn. Das müssen wir uns mal antun. Ich habe so das leichte Gefühl, dass ich das Spiel hier durchspiele, noch bevor ich die erste Sitzung fertig mache. Aber ich glaube, ich werde nach dem siebten Part Schluss machen. Das haben wir jetzt hier so alles in einer Sitzung aufgenommen. Und ich kann mir vorstellen, dass man in zwei Sitzungen das komplette Spiel durchhandelt. Und wir waren bis jetzt ziemlich verdammt gründlich. Was ist das hier eigentlich? Konsole. Oh, da haben wir einige übersehen. Und da haben wir auch einige übersehen. Ah, da scheinen zumindest zwei von den verlorenen vier zu sein. Und hier waren wir auch noch. Da müssen wir auch noch gucken. Obstiko. Oh, Mann. Okay, in der zweiten Aufnahmesession kann das gut möglich sein, dass ich das hier durchmache. Holy damn. Okay, ähm. Aufhalten. Nachdem ich ja eigentlich vorhatte, diese ganzen Logs mir durchzulesen. Wenn ich das ganze Zeug dann rendere oder beziehungsweise dann erinnern, tue ich es ja nicht. Aber ich wollte mir das dann später anschauen. Ich habe nicht so wirklich den Grund, warum... Warum ich die... Holy damn. Ach nee. Komm. Ihr müsst wissen, warum ich lache. Ähm. Ich habe mit einem Kumpel... Ich spoiler mal vor. Ich werde höchstwahrscheinlich zu diesem Zeitpunkt... Ähm... Das noch nicht veröffentlicht haben, weil ich noch auf das Go von meinem Kumpel warte. Aber ich mache ein Watchout zu einem Spiel von einem Freund. Und im Prinzip... Hat das Spiel die Hälfte von den... Äh... Von den ganzen Mechaniken in irgendeiner anderen Form. Nicht ganz gleich, aber ich fand das witzig. Diese... Äh... Diese Mechaniken scheinen sehr einfach zu programmieren zu sein. Oder was heißt sehr einfach? Sie scheinen machbar zu programmieren zu sein. Oh, interessant. A Watcher cannot be ended. A Watcher always is. There is only disconnection from the chain. Aha. Okay. What is destruction? It is. But is it like being changed? Aha. Das Konzept von kaputt ist denen nicht so ganz klar. Hm. ... Ich wünsche Ihnen viel Glück, aber ehrlich gesagt, es sollte ein paar Stunden leben. Ich glaube nicht, es sollte ein paar Stunden leben. Mit wem redet die da? Ich habe nichts gemacht. Die Frau hat mir ziemlich einen an der Klatsche. Warum helfen wir dir eigentlich? Mir ist nicht so 100% klar, was hier so läuft. Hierüber fliegt es, ich quederlese das jetzt hier bloß. Also für etwas, was indestructible ist, hast du dir viel zu viel Sorgen über being distracted or changed in dem Fall, verändert. Oh Gott. Oh. Oh. Oh Gott. Oh Gott. Das hat Probleme, das Teil. Moment. Kennen wir das? Ja. Und wie kennen wir das? Are we going home? Hey. Äh, 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 äh. Komm, Reds. Ah, jetzt geht das hier los. Äh, okay. Miau. Flump. Ich glaube, ich muss Julian das Warpudel und herantrücken. Well, I had hoped to reason with you, but trusting others to see senses how we ended up like this. No, I won't ask you to examine the evidence and pick a side, only that you act in your own self-interest. I am going to land this station on the planet below, and unless you detach the solar panels, first Theseus will be destroyed. Äh, okay. Girl, you have serious issues. Du musst echt einmal deinen Frauenarzt besuchen. Du hast da ein paar Probleme. Wobei, Frauenarzt reicht, glaube ich, nicht. Ähm, does it understand yet? I don't, I do not believe so. Aha. Welcome to Metroidvania. Ähm. Ich bin hier so ein, zwei Tentakel-Gedunns heraus. Flump. Ich bin hier froh, dass ich das so halbwegs hingebacken bekomme. Oh, Mann. Julian, du hast mich darauf vorbereitet. Flump. Wo geht das überhaupt hin? Aber das hat nicht gut ihm getan. So weit kann ich, so weit kann ich was aussagen. Okay. Gucken wir uns das mal an. Everything stays up and down. Okay, dann schauen wir uns das hier mal an. Hm. Okay, das dreht's nicht um. Ist auch okay. Kann ich hier... Auch wenn ich im Licht stehe, ist das relativ sinnlos. Oder sinnfrei. Anscheinend nicht. So. Das heißt also, straight up down. Down, down, down. Komm schon. So. Das war knapp. Knapp übergänglich. Tentakel's everywhere. Ah, wir sind wieder richtig rum. Sehr schön. So. Dann wollen wir das Ganze mal in die richtige Bahn lenken. So. Und hier. So. Wir haben wieder ein weiteres Lock. Wir müssen uns noch um die ersten paar kümmern. Äh, wo ist das? Sie staunen im Prinzip noch nach wie vor über diese Steinchen. So. Sag mal, warum ist hier eigentlich alles zugewuckert? Hm. Astral Exquation. Äh, und das da ist unkommentiert. Dann heißt es, wir müssen da mal rein. Hm. Ach, nö. Ach, nö. Ich gehe wieder zur Asteroid Asteroid Excavation. Sonst immer tue ich mich mit dem Wort Excavation. Schwierig. Schwer. So muss man eher sagen. What the? Ein Teledeporter. Und hier. 66. Wow. Wir sollten noch nicht hier sein. Mhm. Ist okay. Ist okay. Wir wissen, wo wir hin müssen. Äh, ist hier ein Teledeporter? Long Distance Teleporter. Gut, dann... Gehen wir mal dahin. Äh, okay. Nun, wo darf's nun sein? Der Herr? No Entry. Dann müssen wir da rein. Wir haben noch nicht genug. Noch nicht ganz. Ich hab mich sonst eigentlich um alle immer gekümmert. Wo haben wir jetzt zu wenig? I really don't like you. Ähm. Ich gehe mal hier lang. Okay. Okay. Okay, und weiter. Nichts weiter. Okay, machen wir das mal so. Dann haben wir schon mal die Hälfte wieder. Und zack. Die andere Hälfte bitte nachkommen. Oh, ich hätte es ja eigentlich hier. Flump, flump. Ich finde das Geräusch schön. Okay, jetzt wird es langsam irre. Zick, zack, überall hin und her. Okay, so. Against the system. Okay, noch so die Portale. The head hears and I hear it. We sing together, all of us. To remind us of the great chain of before. Ja, die Steine waren nicht so besonders begeistert davon, getrennt worden zu sein. Kann man verstehen. Weil ich würde auch ungern gespalten werden. Also, ich habe so ein grundsätzliches Verlangen danach, dies zu vermeiden. Ich habe nicht gehört, dass die Hälfte von chemischen Signalen sind, dass es dir ist, dass es nur ein Beitrag von einem sehr körperlichen Computer ist. Ich sage, dass wenn du einen Magik-Trick mit Reference zu Magik erklärt hast, dann hast du nicht eine verdammte Sache erklärt. Ich bin nicht sehr sicher, was dein Punkt war. Wie gesagt, ihr könnt, ihr werdet euch das höchstwahrscheinlich durchpausen und entsprechend schauen. So, oh man, das wird so großartig sein. Flump. Press Space Nein Aber ein Ding ist mir nicht ganz klar Are we gonna die hier, by the way? Fümp Gleich zweimal aufschlagen Wie kriegen wir Das Rot da weg? Ah, okay Ich glaube, ich habe eine Idee, wie wir das lösen Das dürfte relativ ordinär sein Ähm Es braucht bloß kurz So Das war Astonishing G-Easy Holy Crap, das waren viele 52 Ich bin allgemein etwas verwirrt Was Storytechnik hier angeht Wir sind ursprünglich Aus Einem Raumschiff X Rausgeschmissen worden Probably by Also wahrscheinlich Oder möglicherweise bei der Dame Weil sie hat ja gefragt Was da Was sie da gerade rausgeschmissen hat Das war vielleicht ich Ähm Und ich sage mal Und ich sage mal Sie versucht jetzt diese Steine wieder auf den Planeten zurück zu bomben Ziemlich wortwörtlich Bomben Ähm Und nun Sind wir hier mit so einer Clone Gun Und versuchen Dinge irgendwie zu lösen Ähm Was heißt lösen Wir haben im Prinzip entdeckt Dass diese Steunchen Hier Entsprechende Möglichkeiten Ähm Geben Und ja Hm Wo ist der Schalter Ähm Ja Nö Kein Schalter Wenn ich jetzt so ganz überlege Wozu auch Oder Ne Ich kann Um meinen Arschlecken Nicht hoch genug springen Das ist glaube ich ein Problem Was lösbar ist Nicht ganz Ich kann hier auf jeden Fall Keine Clone machen Hier können wir auf jeden Fall Gravitation changen Nach unserem Belieben Und Was bringt das uns Das bringt uns Rudimentär Gar nichts Erstmal Hm Wir müssen Jetzt irgendwie Gravitation umdrehen Moment Ich glaube ich habe eine Idee I got an idea So jetzt haben wir schon mal einen da Der da richtig steht Wo aber richtig ist Sehen wir wenn das Licht angeht Mhm Okay Das war jetzt auch Machbar einfach Das ist zwar Alles sehr interessant Mädel Aber Das Hilft mir nicht unbedingt Bei der Entscheidung Was ich mit dir zu allen stelle Oder ob ich überhaupt eine Wahl habe Gut Aber was für eine Wahl wir haben Sehen wir im nächsten Part Ich hoffe es hat euch gefallen Und wir sehen uns dort Finde gut Tschüss Ich hoffe es hat euch gefallen